Hallo! Hi! Wir sind Leo und Sarah und wir sind die WM Rookies. Mit der Wildcard haben wir es hier nach Hamburg geschafft. Wir haben uns zusammen mit Beachvolleyballfreak überlegt, dass wir ein kleines WM Tagebuch machen und euch so ein bisschen begleiten. Wir haben jetzt unser letztes Training heute gehabt mit den Finnenen. Ja, das war auch ziemlich gut. Wir haben 1-1 gespielt, nur eine Stunde, aber sehr fleißig trainiert. Jetzt haben wir noch Physio, essen was, müssen dann zum Technical Meeting, ein paar offizielle Termine. Jetzt ist noch ein bisschen was zu tun, bevor es dann morgen endlich losgeht. Wir sind schon mega aufgeregt. Also ich konnte nicht schlafen die letzte Nacht. Du? Ich habe geschlafen wie ein Baby. Wir sind hier. Hier sind noch die letzten Vorbereitungen. Der Center Court war die letzten zwei Tage geschlossen. Wir haben schon drauf trainiert. Mega cool. Heftig. Das wird so geil. Also ihr müsst alle vorbeikommen und wir halten euch auf dem Laufenden. Nehmen euch so ein bisschen mit. Könnt ihr mal schreiben, was ihr sonst sehen wollt. Und genau. Feuer und an! Bis dann! Ciao! Ciao!